hallo und herzlich willkommen zu einer neuen server vorstellung ich der drago basler habe mit xk rules lp und just marco einen modded run spielserver gemacht der ist auf 1.12.2 weil es dort die meisten und besten mods gibt und einer davon ist zum beispiel ice and fire hier unten wir haben hier auch einen schönen hintergrund wir gehen mal auf mehr spieler und dann auf drago test der server wird vor allem für die live streamer sein aber auch zuschauer die bei mir bei twitch.tv ich glaube u und dann slash drago basler zusammen geschrieben unten seht ihr das in der video beschreibung in den kommentaren immer wieder streamen von dem und es dürfen auch zuschauer natürlich mitspielen aber ihr müsst halt ein bisschen aktiv sein bei twitch oder auf youtube damit ihr mitspielen könnt weil es ist natürlich ein rundspielserver und nicht einfach einen jockey die ich mache was ich will server sondern es gibt königreiche das eine ist wir schon vielleicht denken könnt japan ob das traditionelle japan mit einer ich sage jetzt das wort nicht weil es auch eine krankheit ist die momentan alles ansteckt aber eine flammen ringsum hat und unten willen weil wir haben natürlich sind auch ein cv erfolg und der schwarze rahmen bedeutet sozusagen wir haben auch schwarz als hauptfarbe diese vier oder fünf vier farben gelb ist nicht so unsere farbe aber können wir auch noch reintun ist also die symbolik für ja dass wir ungefähr alles auf dem server sozusagen leiten und sind dann gibt es andere völker noch die werden noch natürlich noch alle gemacht da gibt es wahrscheinlich sehr viele dann die sind dann von den spielen oder von den live streamen und vielleicht ein königreiche den live streamen ein königreiche den spielen ein anderes königreiche noch ein paar spieler oder so und ja also hier ist der techniker das ist der xqc rules lp der macht sozusagen alles was jetzt das mob pack angelangt das was die plangdienst angelangt und schaut natürlich auch ab und zu auf dem server vorbei und spielt vielleicht ein bisschen ruhig wie und er da ja das ist ein troll hallo guck mal zu mir der da ist mein kumpel kommt er kommt aus der nähe von meinem wohnort also der nähe von basel bis in deutschland drinnen ein bisschen nach osten und der hat einfach so einfach die idee gehabt mit einem modern server zu machen wieder rundspiel zu machen und der begeleitet mich dann in den livestreams vielleicht erst ein moderator auf twitch und vielleicht schaut auch in diesem video vorbei liebe grüße an marco und xk rules lp so dann gibt es noch chenex das ist auch noch ein twitcher der macht aber eher so geht ja rollenspiel modding sachen vielleicht macht er auch mal mit aber ist auf jeden fall ein guter kollege von xk rules lp und ein bisschen ein unterstützer von mir ja auch moderator bei twitch gut so ich möchte kurz das mit dem endeportal sein es ist immer so man geht rein und hat lange ladezeiten es ruckelt kurz zwar aber wir sind schon im netten und das ist einer der besten mods weil das geht einfach gar nicht in minecraft es ist sat java oder und das ist natürlich schon klar dass ja da einfach probleme gibt mit der performance und so aber so etwas ist doch cool also ich weiß es nicht ich habe keine ladezeiten ich bin glücklich ja und ihr seht also hier viele mods andere mods auch insgesamt 100 stück und das schauen wir einfach mal kurz an hier sind ja natürlich die normalen items im normalen spiel edition banners das ist natürlich cool für die königreiche zum beispiel hier ein drache ein serpent plexit hier ist ja am peter ist jetzt auch nicht unbedingt so einen ganz normalen drachen die buchstaben habt ihr und so weiter dann harvestkraft für das essen animenia für die tiere zuchttiere dann haben wir noch ressourcen bubbli herdkanister damit ihr ein bisschen mehr leben habt ihr es gibt drachen und die sind unglaublich stark die haben uns zwei gäste im live stream noch geröstet so beide sofort getötet und die müssen wir noch anpassen natürlich dann gibt es black block craftery das ist eine art carpenter blocks von früher und damit kann man natürlich zuerst die vorlagen machen und dann kann man immer einen block reintun und ihn wieder austauschen ohne wirklich das fundament dann kaputt zu machen bounty full bubbles das ist so eine art ja ihr seht es und ein paar mehr verzauberungen denke ich mal sind das dann choco kraft für die choco boss das ist natürlich eine pflicht damit ein bisschen vorwärts kommen beim fliegen oder beim schwimmen dann haben wir hier cqr items das ist eine art waffen und rüstungs mod mit enter haken spider hooks oder sogar eine wasser pistole oder blasen pistole dann haben wir cqr blocks das gibt natürlich ja die neueren blöcke glaube das ist der mod der einfach einfügt dass wir auch die features von den anderen versionen haben die nach 1.12 2 kam genau und noch andere dinge einfügt bahn das haben wir auch wieder ok sind zum beispiel so bahn für dungeons genau und dann haben wir dungeons auch von cqr das ist ein gigantischer mod exporter chest wahrscheinlich loot oder so spawn eggs blockheads haben wir das ist eine art küchen mod scheinbar zum essen machen da wenigstens fessels das sind bei haus ok kann man nicht so gut vor allem vor blockheads ok bis kräftiges ponitur mod wir müssen doch ein haus einrichten können es geht natürlich an mit schüsseln bit das haben wir achten mal ist das für die türen auch automatische türen und kraftfelder zum beispiel genau so markaus bridge sind natürlich auch wieder weitere türen zum beispiel hier western sachen wir werden wahrscheinlich ein western oder indianer volk oder gemischt oder sogar noch mit piraten gemischt sondern amerikanisches volk machen wir empfehlen ein europäisches volk zum beispiel baban oder römer und dann werden wir noch ein afrikanisches volk machen dann ja noch ein australisches volk oder ozeanisches volk genau dann haben wir nach die zauntüren und mauern wir haben furnitur hier auch also einrichtungsgegenstände möbel ruf sind dächer und diese pavillon also diese vordächer dann haben wir teils und gottes das sind sozusagen abflussrohre und planks also planken trapdoors also falltüren fenster netter access netter erweiterungsmob mit neuen biomen und blöcken random loot ist natürlich zum loot anpassen an den server und auch ein paar armut und waffen dann haben wir rustic ist auch wieder ein deko mod wir haben rastik landwirtschaft landwirtschaft natürlich alchemie ist nicht gerade so groß aber also eisenhaus haut und ausdörungen für die gegner natürlich schon cool nachtsicht natürlich auch oder lodene spur also da kann man wahrscheinlich wenn man flieht dann einfach eine flammenspur hinterlassen damit die anderen geschädigt werden der one probe ist ja sonden pinkes konstrukt generelle gegenstände da könnt ihr natürlich sehr gut schmieden zum beispiel hier ganz verschiedene werkzeuge und waffen und schilder zum draufhauen ja da sind die werkzeugteile für das crafting schmelzerei dann haben wir hier die weltsachen also fliegenden inseln und so twinkses geräte sind ja tools zum irgendwas benutzen zum beispiel holzschielen mit falltüre ok rucksack des reisenden das ist natürlich schon aus pflicht weil damit kann man natürlich sehr viel gepäck mitnehmen und auch ein bisschen geboostet werden waste tones ist auch sehr und auch pflicht sonst sind die leute vom laufen oder fliegen dann ein bisschen gelangweigt wir haben so plenty natürlich für die coolen biome und neuen blöcken also neuen gegenständen aquaculture fürs fishing das war ja eigentlich immer so das langweiligste in minecraft bis es ein bisschen überarbeitet wurde und dann wurde es nicht mehr so interessant also man bekam nicht mehr so guten loot weil der dungeon loot dann wieder weg war bibliokraft für das storage also für verschiedene sachen auch zum beispiel schreibmaschine machen eine uhr ein kompass ja monocle ja hier beleuchtung chiseln bits für ganz kleine blöcke also da könnt ihr wirklich winzige blöcke dann hinstellen zum beispiel schwamm drüber und auch so könnt ihr mega dekorieren also hoffe dass er wird nicht irgendwann mal überlastet sein von den spiel komfort das ist eine art ausruh während dem farmen und so mods das im mc seht ihr hier kann man npcs erstellen auch monster und so sachen können wir vielleicht noch ein bisschen ausprobieren dann haben wir ice and fire das sind eben die drachen und andere mobs die recht gefährlich sind und auch mega spaß machen sie zu zähmen und so weiter dann die blöcke davon kommers alive damit ihr in einen npc heiraten könnt und kinder bekommen könnt und mit den npc mehr machen könnt meinen slash für das leveling system hier oben links und dass die monster auch ein bisschen stärker sind crafting items dort loot boxen von dort dann spartan vaporier oder einer der besten waffen mods in minecraft könnt ihr echt coole waffen auch benutzen wie zum beispiel samurai schwerter in japan und china in china zum beispiel die ja da diese helle barten mit den schwertern dran ich weiß den namen nicht weiss und hier chisel für die verschiedenen blöcke da haben wir noch extra mods eingefügt bei chisel wo man noch viele modding sachen noch chiseln kann ein chest für die storage das wird das lager startstrasse wird das lager ja da haben wir noch mehr kleine blöcke underground biomes für die steinarten also wenn ihr ein haus bauen wollt das grün ist oder blau dann könnt ihr das benutzen natürlich underground biome items archäologie und die ohrs natürlich die verbindenden ohrs mit den blöcken also rpg für die bögen und schwert und so zählt das da und dann haben wir noch spartan shields für die schilde so das war ein bisschen länger das thema jetzt kommen wir auf das setting vom server also wir haben jetzt hier die world welt wir werden verschiedene welten haben eine welt ist die rpg welt und dann gibt es noch eine extra welt für die live streamer damit die ein bisschen ungestörter bauen können und es gibt dann noch eine adventure world dort könnt ihr dungeons bauen und ja da gibt es dann auch wieder monster dass ihr dort auch monster in die dungeons reinpacken könnt vielleicht bekommt ihr dann auch mehr freiheit beim custom embassy mod weil der ist natürlich kreativ only beziehungsweise einfach man muss das item aus dem kreativ inventar holen und kann es dann auch im servile modus einsetzen aber eben damit nicht zu viel performance gefressen wird von nmcs lassen wir das lieber von den meistern machen und co-meistern ja und also owner meisterst owner und ähm ja eben es gibt viele biome könnt wirklich auch wünschen wo ihr grundstück macht die grundstücke werden geschützt es ist sehr viel hacker und modder ähm schutz drin und ähm also jetzt haben wir noch keine plugins drin übrigens das kommt noch heute oder so bis spätestens wahrscheinlich am montag ist es drin jo da gibt es schöne wölfe kurz schauen auf die performance es tut so mikro lecken manchmal man sieht es bisschen im hintergrund voran muss man dann noch fixen irgendwie wahrscheinlich ein paar performance widrige mods denn genau das ist animania ein toller mod was auch ein bisschen das züchten uns so schwieriger macht weil man hat meistens dann viel zu viele tiere und so weiter und ja es gibt neue mobs zum beispiel eben drachen äh ja die mal zerstören noch die gegend das müssen wir noch ausstellen also dann ja mod noch einfügen ein plugin was denn mob griefing ausstellt weil das geht nicht immer mit mods ähm normal game rules und ja oh das ist schön das ist geil also eben performance technisch sind wir jetzt noch nicht gerade so gut auf stand dann müssen wir irgendwas noch einfügen außer better fps und ähm ob die ferne ist drin ja also ein drachen sehe ich finde jetzt gerade nicht aber ich kann mal kurz auf die minimap schauen der drache war glaube ich hier unten ja hier ist ein nest also in die richtung wo ich jetzt schaue ok so also das video wird langsam ein bisschen zu lange ich hoffe ihr schaut noch ähm eben es gibt viele dungeons generiert also die dungeons tun ein bisschen performance festen ich tue ja auf jeden fall dann für das nächste video noch ein bisschen Hilfe suchen lavendelfelder gibt es äh es gibt kirschblüten japanische kirschblüten da würde ich gerne wohnen da ist zum beispiel ein drachen ich weiß nicht genau wieso die monster manchmal bei einem drachen oder so zu sehen ist aber wahrscheinlich ist es eine aura oder ein trank von einem drachen ja das sind wirklich coole drachen also die kann man sämen mit irgendwelchen oder man braucht einfach die eier muss die eier abbauen wahrscheinlich wo ist das nest hin da ist das nicht ja also es ist gerade ein bisschen performance schlecht sorry ok hier könnte eine eier wahrscheinlich sein oder so vielleicht muss man sie auch zuerst züchten dann muss man eine andere drache hinlocken ok das entzieht scheinbar hier die kühe es ist einfach unglaublich Animania vor allem in den neueren versionen von minecraft ist Animania unglaublich gut ich glaube es ist aber noch nicht 1.17 keine ahnung so ich hoffe euer erster anblick also mein erster anblick auf den server hat euch gefallen wir haben das natürlich schon gerne gemacht weil wir selber natürlich extreme minecraft fans sind und den spielen auch ein bisschen helfen wollen gegen Langeweile und vielleicht auch ein bisschen motivations bringen können wegen dem rundspiel und wenn ihr feedback habt Verbesserungsvorschläge wünsche und so weiter dürft ihr das jederzeit in die Kommentare schreiben oder bei twitch live natürlich auch sagen und fragen wenn ihr nicht drauf kommt einfach eine Bewerbung an drakobasler basler-at-teamet.com.c senden das ist alles unten in den Kommentaren auch nochmals angepinnt und ja in der Videobeschreibung auch so also dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag dankeschön fürs zusehen und viel spaß auch das modpack kann man schon runterladen muss aber noch fragen ob ich das auch verlinken darf schon ich denke schon gut dann auf wiedersehen und viel spaß mit minecraft oder anderen games oder mit eurem leben natürlich tschüss